. 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 Das sieht so schick aus, oder? Das ist ein normales Bildprogramm. Ja, ich wollte dann hier Pedro drehen. Oh ja, super. Hatte ihm extra gesagt, er muss auffassen. So, komm. Danke, ich sag mal hier. Ja, ist gut. Tschüss. Tschüss. Gustav Prosse gemacht. Tschüss, Pedro. Eh, super, Willa. Okay, now val … Okay, que no … Ahht brace … Tschekekekekekekekekekekekekeke� Hallo, danke. Danke, danke, danke… Ich habe meine Reiter gesagt, dass ich hier auf den Boden bin. Ich habe mich hier auf den Boden gelegt. Ich bin hier auf den Boden gelegt. Ich bin hier auf dem Boden gelegt. Ich habe mich hier auf die Führung gesprochen. Sehr gut, schön. Und immer, denk daran auch nach dem Flug nach vorne. Es ist immer wichtig, wenn du springst, schaue zwischen den Eern. Wenn du zwischen den Eern schaust, deine Position wird immer gut sein. Und schaue straight forward. Never look to the side. So, schaue forward. In den Ratschleimern, denn er muss gleich hier selber in Aktion treten. Gemeinsam mit drei anderen Kollegen, traditionellen Kabelverhaben, bei den Spartak-German-Fanchen. Vier Reiter, vier Pferde. Nicht nur jeder reitet sein eigenes Pferd, sondern muss auch das Pferd mit Bewerber sein. Das wird hochinteressant, meine Damen und Herren. Vor allem haben die Leute den ganzen Gangster mit einem Reiter. Da haben wir 200 Gs. Einen Gangster, wenn man so nennt, die 300 Gs. Einen Gangster, wollen wir sehen, was brauchen wir. Manche haben sich auch gebrift, dass wir am Sonntag, das muss ich mal wieder sagen, dass wir jetzt schon machen, den internationalen Sprengsport. Und dann geht es mal wieder an. Danke für die Einladung, dass es so weit ist. Vielen Dank. Ich komme noch ein paar Leute von der Spartak-German-Fanchen hier stehen. Ich komme noch ein. Ja. Danke schön. Danke. Danke. Okay. Alright. Hopp, hopp, hopp. Haha. Ja. Ja. Oh! Vielen Dank für's Zuschauen Danke schön Danke schön So Kann man helfen hier? Kann man von vorne auf Hier vorne Hier ein bisschen Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? Wie ist das? 1 Meter 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 Geht immer Oliver hat hier angefangen Als junger Mann Vor 4 Jahren Kam er vorbei Mit seiner Mutter auf Stoff Aber wir sind noch fit wie ein Tor und Schuh Auch wenn Jonathan das Ding um die Hüften hat Mit seinen 51 Jahren ist er der Älteste hier Aber gerade vor wenigen Wochen War das große Turnier War eins der großen Turniere in Calgary Wenn man da auf seiner Erfolgsliste sieht Da war in jeder Prüfung war platziert Darauf Termin